So, hallo Leute, wir sind immer noch in Fort Hagen und auf der Suche nach Kellogg, dem Mörder unseres Sohnes Sean. Und ihr hört's, wir machen uns jetzt schon auf den Weg in die nächste Etage. Ich achte jetzt bei den Aufzügen nicht mehr drauf, dass ich an die Begleiter denke, weil ich ja weiß, dass die sich quasi selbst reinsetzen und ich da schon mal ordentlich an Zeit und Aufwand investiert habe, um die reinzubuxieren. Und dann ist mir auch noch die Aufnahme abgekackt. Das war ein, nennen wir's mal, sehr ärgerliches Spiel-Event. Okay. Okay, um den Turm kümmere ich mich zuerst, weil ich ihn für das Gefährlichste halte. Okay. Ich brech die Nummer ab. Wechsel mal zu unserem guten Sniper-Gewehr. Das dürfte jetzt, genau, etwas hilfreicher sein. Sehr schön. Und ja, heilen uns gleich derweil noch etwas, weil wir büßen gerade ein. Laden nochmal nach, falls ihr das nicht genau erkennen könnt. So. Ist auch schön, dass Nick quasi jetzt nicht allzu sehr feuert. Da freue ich mich natürlich wie Sau, wenn ich das alles alleine machen darf. Aber dann müssen wir halt durch. Äh, ja. So. Solltet ihr euch übrigens wundern, mein Gott, der Mann schießt aber schlecht. Ja. Das ist neben Blockieren meine weitere Superhelden-Fähigkeit. Das. Okay. Bevor wir uns hier umschauen, kümmere ich mich noch um diesen letzten Sim. Ich bin bereit, wenn Sie wiederkommen. Wo auch immer er gerade sein mag. Da ist er doch. Tada. Bam. Und er hat sogar einen Elektroschlagstock für uns dabei. Das ist aber sehr nett von ihm. Hm. Genau. Ein Schockschlagstock ist es. So rum heißt es. Hier haben wir noch ein Stück von dem Geschützturm, den wir da zerlegt haben. Ist hier noch irgendwas im Tisch vielleicht? Unterm Tisch. Wir gucken uns erstmal wieder um. Ne, sieht nicht so aus. Sehr schön. Daher geht es auch gleich weiter. Wir gucken in den angesprochenen Raum. Man sollte das Zeug wohl nicht bekommen lassen. Genau. Das sieht er auch vollkommen richtig. Und genauso geht er auch an. Okay. Hier wäre es gefährlich geworden, wären wir hier reingekommen. Was haben wir hier? Äh. Ich hatte doch gerade irgendwas. Hatten wir doch provisorische Batterie. Okay. Noch eine provisorische Batterie. Okay. Wir können was herstellen. Beziehungsweise was heißt herstellen. Ich nehme eher auseinander. Was zählt, sind Teile. Ihr wisst es ja. Okay, das Optimierte. Das werde ich wohl erstmal behalten. Die kommt wieder auseinander. Mal gucken, ob wir hier noch was dran modifizieren können. So, um was an Schaden. Na, da brauchen wir schon Wissenschaftsstufe 2. Das kommt aber perspektivisch sowieso noch dazu. Ähm. Verlängerten Lauf könnte man machen. Okay. Das steigert nochmal Schaden. Und. Oder den Automatiklauf. Das senkt den Schaden halt vehement. Aber. Reichweite geht hoch. Okay. Hier würde die Feuerrate hochgehen. Schaden wäre aber deutlich niedrig. Egal ist es bei unserer Pistole wiederum. Ähm. Wann vielleicht den verlängerten Lauf. Erstmal nicht. Ähm. Ja. Der Kolben ist erstmal tendenziell egal. Das Visier. Strahlstreuer. Was haben wir hier noch? Ähm. Keine Wendungsbremse erhöht die Feuerrate minimal. Ähm. Reichweite. Präzision. Gyroausgleich ist es. Naja. Ähm. Ist erstmal egal. Ich. Guck erstmal weiter. Was haben wir hier? Zeug zu looten. Ich sag's einfach mal so. Wir müssen ja nicht alles hier beim Namen nennen. Wer ist interessiert. Der kann ja gerne Pause machen. Und mal schauen was ich da so aus den Kisten geholt habe. Im Endeffekt zumindest bei dem Bastelkrams ist der Unterschied ja nicht so gravierend was ich da nun aufsammle und was nicht. Nur bei seltenen Sachen wäre da irgendwas anders. Okay. Moment. Da machen wir jetzt einfach bloß Standard draus. Genau. Einfach um es auseinander zu nehmen. So. Hier können wir jetzt auch die Mods abmachen. Also erst auf Standard setzen. Und gucken ob wir mal an unserer... An das Zympfequipment was wir gefunden haben. Ob ich da was dran basteln kann. Oder ob ich da einfach zu schlecht bin. Ja. Ich bin zu schlecht. Und wir brauchen auch Glasfaser. Die ganze Menge dafür. Also ihr seht die Rüstung ist gar nicht so schlecht. Oh da kann man ordentlich was machen gerade mit Rüstmeister auf einer hohen Stufe. Aber ich bin da noch unschlüssig. Okay was haben wir hier gepolstert. Leichtbau. Na ja dafür bin ich halt nicht der gute Rüstmeister. Um da irgendwas rauszuholen. Also wird der Hornig jetzt erstmal geschrottet. Weil die Stümfrustung ist halt einfach besser. Es ist so. Und solange wir halt noch folgendes können. Ist der Rest mir eigentlich auch egal. So du kommst mal her Kollege. Psst. Mal sehen. Und wirst wieder zum Schrotthändler umdeklariert. Erstmal kriegst du die ganzen Mods. Dann kriegst du den ganzen Schrott von mir. Warum nimmst du das nicht? Das weiß ich nicht. Er hat sich gerade zickig bei bestimmten Sachen die zu nehmen. Keine Ahnung warum. Ich gehe nochmal schnell raus. Und schaue ob es jetzt wieder besser geht. Nein. Wahrscheinlich ist er einfach auch voll. Das zeigt es mir bloß nicht an. Das ist etwas frustrierend. Aber naja. Da haben wir noch ein bisschen was. Was wir mit uns rumtragen können. Nein. Das ist das einzige was mich etwas stößt. An dem Chamäleon Zeug. Man sieht nichts richtiges. So. Genau. Schleppen wir so viel mit uns rum? Na ja. Ist schon einiges. Also das Kurze können wir glaube ich wegtun. Das werden wir nicht brauchen. Unterhalb der Jeans. Ach komm weg damit. Waffen haben wir die Granaten. Die ich eigentlich eh nicht nutze. Plasma Granaten. Kann ich ja dann mal gegen irgendwelche Sims werfen. Weiß ich auch dass da eine Szene kommt wo sich das wahrscheinlich anbieten wird. So. Schrott haben wir jetzt natürlich eine ganze Menge dabei. Das ist halt so. Ja gut. Und Munition wiegt Gott sei Dank nichts. Weiß ich aber auch dass man das. Siehe an. Mein alter Freund. Das gefrorene Fertiggericht. Bei unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Assi. Das ist ja mal gar nicht nett. Ich komme mir vor als ob sich jemand latent über mich lustig macht. Kann das vielleicht sein. Ich werde Ihnen wohl unverbindlich ins Gesicht schießen müssen. Okay. Wenn ich nicht gerade eine Falle auslöse. Wie es nervt. Ich stelle mich aber auch an wie der letzte Mensch. Oder der erste. Ja. Jetzt dachte ich. Na ja komm. Wenn schaffst du. Aber der Zug ist abgefahren. Verdammte Axt. So. Wir sind aber weiter vorsichtig. Und schauen mal was wir hier noch so finden. Schönes. Genau. Monitionskiste. Das sind auch wieder XP zum Aufschließen. Also machen wir das mal. Cool. Sehr schön. Nehmen wir mit. Und sammeln quasi hier mal. Ein was geht. Noch mehr Impulsgranaten. Ja. Ich glaube ich werde die dann einfach verballern müssen. Weil ich sie einfach nicht mit mir rumtrage. Sind zwar gut zum Geld liefern. Weil sie recht wertvoll sind. Okay aber ihr hört es schon. Hier muss irgendwo ein Dürrmische sein. Und das gehe ich mal fest davon aus. Das klingt auch so. Da ist er. Da habe ich wieder geglänzt durch Reflexe. Eines jungen geistig eingeschränkten Klappstuhls. Aber das hat gereicht. Ja eine Terminal Grafikkarte. Wieso? Möchtest du sie haben? Was ist denn hier? Ah. Better safe than sorry. Ich mag diesen Comicstil. Für Erklärungen und so weiter. Das finde ich schon sehr großartig. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Ah ja. Also da freut sich jemand richtig doll uns wieder zu sehen. Das ist wohl auch der liebe Kellogg. Ich muss ehrlich sagen. Ich habe die Stimme von ihm nicht so ganz im Kopf. Ist aber auch, glaube ich, der gleiche Synchronsprecher wie Robert De Niro. Ihr müsst dann mal drauf achten. Ich glaube, ich liege dabei richtig. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass die deutsche Synchronsprecher-Gilde sowieso generell überall so omnipräsent ist. So, haben wir hier noch irgendetwas. Was wir mitnehmen können. Vielleicht ein Fusionskern? Hallo? Nein. Naja. Man kann es ja mal probieren. Aber es funktioniert leider nicht. Immer. So, ist hier noch irgendwas? Eine Netzrelais-Spule. Zumindest etwas. Schallplatte, Militärstandort. Das ist okay. Halt alles auch voll mit. Hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür glaubst. Hab dir Fifty-Fifty gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Na ja. Okay. Bevor wir hier weitergehen, sage ich erstmal, bis denn dann. Und dann, bis denn 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 Vielen Dank.